Und jetzt aber der Freistoß für Klein und das ist dann auch tatsächlich schon das 4 zu 0 hier in der 43. Minute. So, hier nochmal. Hier schon mal gut im Kopfballduell Holly East und dann ist es Spirova, wenn ich das richtig gesehen habe, hier mit dem 4 zu 0.